Der heilige Augustinus sagte einmal treffend, du kannst den anderen nur entzünden, was selber in dir brennt. Hingabe, Leidenschaft, Enthusiasmus. Wir sollten, nein, wir müssen von dem, was wir tun, überzeugt, ja, begeistert sein. Denn wenn du begeistert bist, kannst du so unglaublich viel, fast alles schaffen. Wer begeistert ist, reißt auch andere mit, spornt sie an, bewegt sie. Und das wiederum hilft auch für die eigenen Ziele. Denn keiner kann gezwungen werden, Außergewöhnliches zu leisten. Das kann nur der, der es wirklich will. Frag dich also heute einmal, welches Feuer brennt noch in mir? Habe ich die Begeisterung und die Leidenschaft, die ungeahnte Kräfte zum Handeln freisetzen kann? Habe ich noch diesen Glanz im Auge, der für das entscheidend ist, was ich wirklich bewegen will? Begeisterung. Vielen Dank.